Hallo und herzlich willkommen zum 16. Spieltag der Quiz-Tour-Liga. Die zweite Saison neigt sich schön langsam dem Ende zu, aber wir haben ja noch zwei Videos und somit natürlich auch noch zwei Duelle. Unter anderem heute gegen den Bildungs-Mozart und er heißt nicht umsonst Bildungs-Mozart, weil er hat ein Allgemeinwissen wie ein Erwachsener, obwohl er ja noch nicht volljährig ist. Aber wie gesagt, wir spielen heute mal gegen ihn zu dieser späten Stunde. Es ist mittlerweile schon wieder drei Viertelzehn und ich muss morgen um fünf Uhr aufstehen. Also haben wir gedacht, spielen wir noch schnell gegen den Mozart und wir haben gleich mal Computerspiele, Glauben in Religion und Bücher und Wörter und da nehmen wir Bücher und Wörter. Wir schauen mal, wie belesen der Mozart ist und wir beginnen mit folgender Frage. Was ist kein Werk von Alfred Anders? Und da muss ich sagen, das weiß ich nicht und das ist auch falsch gewesen, was ich erraten habe. Gruppenbild mit Dame wäre richtig gewesen. Welche Kindergeschichte ist auf diesem Geldschein abgebildet? Das ist Nils Holgersson, der mit diesen, ja, Gänsen immer irgendwo hinfliegt. Das habe ich als Kind mal im Fernsehen tatsächlich gesehen. Kann ich mich noch ganz, ja, nicht mehr ganz gut daran erinnern, sondern die Erinnerungen verblassen auch schon langsam. Wie hieß die einzige Satirzeitschrift in der ehemaligen DDR? Das war der Eulenspiegel und das ist auch richtig, somit zwei Richtige bei Bücher und Wörter, das ist definitiv in Ordnung. Der Mozart hat jetzt schon gespielt und er steht 2 zu 2 nach der ersten Runde in einer Kategorie, in der ich normal nicht so gut drin bin. Und da haben wir gleich die nächste. Körper und Geist, auch das liegt mir definitiv nicht, aber wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen. Wie heißt die Verschlusseinrichtung am Kehlkopfeingang bei Menschen, die verhindert, dass Speichel oder Essen beim Schlucken in die Lufthöhe gelangt? Subkutis, nein, das ist Epiglottis, aber der Motor hat auch das genommen, was ich genommen habe, deshalb ist es dann nicht so schlimm. Was ist eine Koloskopie? Das ist eine Darmspiegelung und das haben wir wieder beide Richtige, also ziemlich ausgeglichenes Duell bisher. Und welches Forscherpaar leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet des menschlichen Sexualverhaltens? Hahn und Meitner, das wäre gewesen Masters und Johnson und das Interessante ist, wenn wir eine Frage falsch beantworten, dann nehmen wir beide einfach immer das Gleiche. Es ist irgendwie schon so ein bisschen, ja, verrückt, sage ich mal. 3 zu 3 steht es jetzt also nach 2 Hunden und, ja, ziemlich ausgeglichen bisher, aber es geht auf jeden Fall weiter und da haben wir wieder Kategorien, wo ich auch nicht so begeistert bin davon. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt Wunder der Technik als nächstes. Ich hoffe, es war keine falsche Entscheidung. In welche Einheit misst man die Geschwindigkeit von Festplatten, die beispielsweise 5400 oder 7200 betragen kann? Ja, PM und das ist die richtige Antwort. Weiter geht es mit der nächsten Frage. Wie groß ist der Bildschirm auf einem iPhone 5? Das sind 4 Zoll. Ich habe gesagt 3,75 Zoll, also knapp daneben ist auch vorbei. Welches Dateiformat, jetzt wird es wieder interessant, wird von vielen professionellen Fotografen bevorzugt, da es unter anderem einen größeren Farbumfang und mehrere Bearbeitungsmöglichkeiten bietet. Das müsste JPG sein, das ist aber RAW, das kenne ich gar nicht. Also alle anderen kenne ich und dieses RAW kenne ich nicht. Aber mit diesen ganzen Abkürzungen, da kann man schon mal, sei mal, durcheinander kommen. Somit nur eine Frage, richtig bewunderte Technik wäre vielleicht doch nicht schlecht gewesen, was anderes zu nehmen. Aber mal schauen, was der Mozart jetzt gemacht hat. Der Mozart hat jetzt sehr, sehr schnell gespielt und ja, wenn der Mozart unter Zeitdruck ist, ist er anscheinend ja auch so ein bisschen verwundbar. 4 zu 3, ich bin in Führung gegangen und das hat mich jetzt schon so ein bisschen verwundert, dass dann Wunder der Technik alles falsch hatte. Auf jeden Fall gibt es jetzt die 2000er, das ist auch so eine Kategorie, die ja interessant ist, das definitiv. wo ich manchmal gut bin und manchmal schlecht bin. Das hatten wir jetzt schon, ja, das öfter, hm? Am 17. Dezember 2011 starb der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un. Wer ist sein Nachfolger? Das ist Kim Jong-un und das ist die richtige Antwort, das er auch heute noch an der Macht. Und der ist tatsächlich schon seit 2011 an der Spitze, also schon über 10 Jahre tatsächlich der Diktator da in Nordkorea. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Wie viele Amerikaner praktizieren laut einer Studie aus dem Jahr 2008 Yoga? Also 120 Amerikaner gibt es gar nicht, die haben gar nicht so viele Einwohner. Ich sage 16 Millionen, das ist eine journalistische Zahl und das wusste der Mozart auch. Somit geht es mit dieser Frage weiter. Unter welchem Naturereignis hatte Kanada im Januar 2014 zu leiden? Ich glaube, das war eine Kältewelle. Die haben öfter so Kältewellen in Kanada, wo es, ja, bis zu minus 50 Grad kalt wird. Und das ist auch die richtige Antwort. Der Mozart hat gesagt, Tsunami. Tsunami sind aber für Kanada so ein bisschen ungewöhnlich, würde ich mal sagen. Und somit habe ich jetzt meinen Vorsprung verkürzt. 7 zu 5 jetzt die Führung gegen den Mozart. Aber der Mozart kämpft bis zum Schluss. Es ist noch nichts entschieden. Wir haben ja auch noch zwei Runden zu spielen. Und da haben wir jetzt Musik und Hits, TV sehen oder Rund um die Welt. Und wer mich kennt, ich kenne mich ja in Sachen Musik ganz gut aus. Aber die Kategorie Musik und Hits hier bei Chris Duell ist auch immer so ein bisschen tückisch, sage ich mal. Da weiß ich auch nicht immer alles. Aber wir schauen mal. Auf den Hits welchen Musikers passiert das Musical? Ich war noch niemals in New York. Das ist irgendein Udo auf jeden Fall wieder. Ich verwechselte aber immer Udo Jürgens und Udo Lindenberg. Ich nehme Udo Jürgens und das ist die richtige Antwort. Ich bringe wirklich diese zwei da immer durcheinander, diese zwei Udos. Welches deutsche Komiker-Duo hatte einen Erfolg mit dem Song Meath? Habe ich noch nie gehört. Meath. Ich sage mal Badesalz. Das sind tatsächlich die Doofen. Okay. Der Antwort wäre auch gewesen, wie galt Boning und Oliver Pocher? Wie passen die beiden bitte zusammen? Auf jeden Fall von den Doofen, die ist ja auch noch nie was gehört. Muss ich mir vielleicht mal anhören. Auf jeden Fall geht es weiter. Wie heißt eine südkoreanische Girl Group? Das ist natürlich Blackpink im K-Pop-Bereich sehr erfolgreich. Auch bei mir in den Charts schon mal dabei gewesen. Auf jeden Fall. Deshalb das für mich eine geschenkte Frage gewesen. Ich führe kurz vor Schluss gegen den Mozart mit 9 zu 7. Heißt zwei Richtige und ich habe den Aal hier gewonnen. Und die Kategorie ist Macht und Geld. Auch das so eine Kategorie, wo ich manchmal gut bin und manchmal eher nicht so. Das sind heute alle irgendwie so Kategorien gewesen. Und bisher, ja, sieht es gut für mich aus. Mal schauen, was wir jetzt in den letzten Hunden noch machen. Seit wann gehören die Niederlande zur Europäischen Union, zur EU, beziehungsweise Vorgängern dieser? Ich glaube, die Niederlande waren gar nicht bei der Gründung dabei. Die kamen ein bisschen später dazu. Doch, die waren dabei bei der Gründung. Und der Mozart wusste das. Somit wird es nochmal spannend. Wann ist der Europatag der Europäischen Union? Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Ich zippe mal den 9. Mai und das ist richtig. Auch der Mozart wusste das. Und somit die letzte Hunde entscheidet über Sieg oder Unentschieden in diesem Fall. Also einen Punkt habe ich schon mal sicher. Wer wurde im Sommer 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen? Das war doch dieser Armin Laschet. Und das ist die richtige Antwort. Und das bedeutet dann auch, dass ich gewonnen habe gegen den Mozart. 11 zu 10 am Ende ein sehr ausgeglichenes Duell war das auf jeden Fall gegen ihn. Man hat schon gesehen, wir sind ungefähr auf einem gewissen Level. Und somit wird es auch nochmal spannend im Kampf um den sechsten Platz. Aber das sieht er dann in der Tabelle. Somit bin ich ja einen Punkt der Hand gehückt an den Mozart. Also das könnte definitiv am letzten Spieltag nochmal ein Fernduell werden um den sechsten Platz. Da spiele ich dann gegen die Fiona. Den siebten Platz habe ich somit sicher durch diesen Sieg. Den kann mir niemand mehr nehmen. Und ja, die anderen Ergebnisse seht ihr auf jeden Fall jetzt noch. Wir schauen jetzt auf die Ergebnisse vom sechzehnten Spieltag. Und da bleibt die gute Elena weiterhin auf dem ersten Platz. Sie gewinnt nämlich das Frauenduell gegen die Fiona mit 12 zu 8. Auf jeden Fall mal wieder ein starkes Spiel gewesen. Und somit bin ich schon gespannt, wer Meister wird. Es können nur noch zwei Leute wirklich die Meisterschaft holen hier in der zweiten Saison. Und das ist zum einen natürlich die Elena, die auf Platz 1 steht. Und natürlich auch der Thomas, der ist auf dem zweiten Platz. Und gegen den Thomas muss ich beim nächsten Mal ran. Also vielleicht kann ich da so ein bisschen eingreifen in den Meisterschaftskampf. Aber mal schauen. Jetzt gibt es allerdings die nächste Niederlage für den Pex Niklas. Und somit ist der Niklas schon in die zweite Liga abgestiegen. Da steht jetzt tatsächlich schon fest, weil wir wahrscheinlich zwei Achterliegen haben werden. Und somit Platz 9 und Platz 10 werden die beiden absteigen. Und das wären hier der Niklas und der Tino bei uns. Auf jeden Fall gewinnt der Tino mit 10 zu 6 gegen den Niklas. Und das dank einer guten ersten Halbzeit, sage ich mal. Dann machen wir weiter mit dem Thomas. Und der wartet auf jeden Fall seine Chance, noch Meister zu werden. Und 13 zu 10 gewinnt er gegen die Ehrenjahrs, die auf dem dritten Platz ist. Auch das hier starke Spiel definitiv von beiden. Weiter geht es jetzt mit Spiel 79 in dieser Saison. Und da habe ich den Anschluss hergestellt auf den sechsten Platz. Und da liegt der Bildungsmosat, der ja so ein bisschen abgehutscht ist in der Rückrunde. 10 zu 11 hat er gegen mich verloren. Und das war ein Spiel auf Augenhöhe, muss man wirklich so sagen. Ich habe meinen Vorsprung sozusagen über die Zeit gerettet, den ich aus der dritten Runde sozusagen mitgenommen habe. Und somit, ja, 11 zu 10. Somit kann ich nicht mehr auf dem achten Platz landen. Nur noch der sechste oder der siebte Platz für mich möglich. Aber wie gesagt, zwei Spiele kamen wir noch. Und ja, der zweite Absteiger hat hier auch wieder verloren. Der Gino. 7 zu 11 gegen den Nikolai. Und der Gino wartet somit weiterhin auf den ersten Sieg in der Quisto-Liga tatsächlich. Und der Nikolai hat eine wirklich starke erste Halbzeit gespielt mit 8 von 9 richtigen Antworten. Und der Gino hat aber die zweite Hälfte für sich entschieden mit 4 zu 3. Aber das bringt ihm leider ja auch nichts mehr, weil halt der Nikolai so eine gute erste Hälfte gespielt hat. Somit schauen wir jetzt auf die Tabelle. Und da haben wir die Elena mit 39 Punkten ganz oben, dicht gefolgt von dem Thomas mit 35 Punkten. Also ist noch alles möglich. Wie gesagt, dann haben wir, ja, die Jass und den Dino auf dem letzten 3 und 4 mit jeweils 30 Punkten. Also die haben einige Gemeinsamkeiten tatsächlich. Was ich letztens erst erfahren habe, die sind tatsächlich Geschwister der Jass und der Dino. Und, ja, haben beide 30 Punkte. Die kämpfen sozusagen um den dritten Platz. Dann haben wir den Nikolai mit 28 Punkten. Er könnte auch noch in die Top 4 gelangen. Das ist definitiv noch möglich. Dann haben wir den Mozart auf dem sechsten Platz mit 24 Punkten. Dann komme ich mit 23 Punkten. Und, ja, der Mozart und ich werden sozusagen um den sechsten Platz dann noch kämpfen im Fernduell dann am 16., am 17. und am 18. Spieltag. Genau, der 16. Spieltag war ja jetzt. Dann haben wir die Fiona. Die ist sicher auf dem achten Platz. Da kann gar nichts mehr passieren. Egal was, ja, welche Ergebnisse sie noch einfährt in den letzten zwei Duellen. Und dann weiterhin ganz unten abgeschlagen der Niklas und der Gino mit 4 und 3 Punkten. Und die beiden spielen aber am 18. Spieltag noch gegeneinander. Also, da wird auf jeden Fall noch irgendjemand von den beiden Punkte holen. Und somit würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. 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 Ciao.